ja hallo liebe abonnenten herzlich willkommen in meinem filmzimmer ich bin das danny und möchte euch heute in diesem unboxing den lever slipcover von the revenant von mantalab vorstellen und das ganze teil sieht so aus hat schon ein paar monate auf dem bucke ich habe das gute stück damals beim cinema auch im unboxing gesehen und ich persönlich stehe auf solcher leder edition allerdings war der preis jetzt meistens bei 70 80 90 euro bei ebay das konnte ich jetzt privat für 50 euro erwerben und habe auch noch die deutsche blu-ray disk dazu bekommen inklusive also die mray ja das ganze kommt hier in einem nicht nur leder optik full slip das ganze ist geprägt ist auch leder kunstleder was auch immer es riecht auch danach richtig cooles teil im inneren dann hier das booklet und das dealbook das dealbook finde ich auch ganz hübsch hat hier unten auch eine schrift tiefen prägung so sieht das ganze in der komplett ansicht aus das back cover alleine auch im inneren vernünftiges vernünftiger innen druck den man jetzt hier ein bisschen schlecht sieht leider ist ein bisschen blass gehalten also wenn man hier mit dem licht drauf scheint kommt man schon probleme das zu sehen das kleines bisschen schade aber minder den eindruck nicht wir haben hier wie gesagt das booklet dies bei mantalab immer üblich ist englische texte im inneren gab es dann natürlich noch hier diese mantalab lenticular logo dazu und hier diesen mantalab exklusiv nummer zwei im stilbuch natürlich auch wieder die berühmten karten mit denen ich mich hier gerade hinter der kamera umärgere ja kennen wir schon hier bei mantalab jetzt allerdings in hochglanz gehalten nicht so pappen mäßig wie bei film arena eine glatte beschichtung hier diese karten dafür haben wir dann hier wieder bei den art cards wie ich das so schön nenne die pappe habe ich nun endlich auch diese edition in der sammlung film ist ja auch nicht jedermanns sache ich fand ihn ganz okay man muss sich darauf einlassen was einen erwartet und ja so sieht das ganze noch mal von innen aus also nichts besonderes aber ist schon richtig cooles teil und der preis für 50 euro ist ja auch fast ein selbstkostenpreis sag ich mal und deswegen bin ich da auch recht zufrieden suche ich mir mal irgendeine schöne ecke dafür ja dann war es das vielen dank fürs einschalten bis zum nächsten video meinen lieben freunde macht's gut ciao